So So! Hi Leute! Herzlich Willkommen auf meinem Let's Play Kanal! Die App, die ich euch heute mitgebracht habe, heißt DC Superhero Girls. Ihr habt sicherlich das Intro auch erkannt. Eigentlich ist es von Batman, aber ja, ich bin Super So So und deswegen sind wir hier. So, in der App kann man mit seinen Lieblings-Superheldinnen spielen und ich würde sagen, wir schauen uns doch mal um und gucken mal, was es hier alles so zu entdecken gibt. So, man kann hier mit durchwischen, kann man sich hier ein bisschen umschauen und man sieht hier Superwoman und Batgirl und alle sind sie da. Und ja, ich würde sagen, hier ist ein Controller, das sieht doch nach Minispielen aus. Also gucken wir uns das an. So, Katana Chop, Wonder Woman Selbstverteidigung und Batgirl Minigame. Ich würde sagen, wir fangen mal von links an und schauen mal, was es hier so zu entdecken gibt und probieren uns einfach durch die einzelnen Spiele durch. So, Katana Chop, bleib auf Zack, trainiere Katana mit ihrem Schwert und hilf ihr, in Form zu bleiben. Zerschneide Trainingssphären, zerhacke Bonusschilde und weiche Gefahren aus oder das Spiel ist aus. Okay, das klingt schon mal sehr spannend und ich würde sagen, wir fangen an und legen los. So, okay, also wir müssen hier diese bunten Bälle zerschneiden und vor den roten müssen wir ausweichen, alles klar. Okay, also man wischt da so drüber, durch, drum und hups, ein Leben habe ich schon verloren. So, mission complete, oh, cool. Also man kann hier so rumwischen und dann zerschneidet man diese Dinger. Ah ja, den müssen wir auslassen, das war wichtig. Okay, kritischer Treffer, oh, wieso kritisch? Habe ich doch voll getroffen. Ah. Okay. Kombo, Kombo, Kombo. Kombos sind gut, glaube ich. Game over. Warum sind das denn kritische Treffer? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Aber zumindest haben wir schon mal 1000 Punkte erhalten. Ah ja, und hier unten haben wir einen Stern. Wir sind Level 1 und man muss Missionen erfüllen, um zu leveln. Alles klar. Ich würde sagen, wir probieren das Ganze nochmal, weil wir sind doch besser als 1000 Punkte. Okay. Come on, give it to me. Das war kein kritischer Treffer. Zack. Das war kein kritischer Treffer. Das wäre schlecht. Aber Gott sei Dank sieht man die roten Dinger ziemlich gut, weil die ja auch so groß sind. Zack. Da war ich irgendwie gerade. Habe ich wohl nicht richtig gedrückt. Okay. Zack. 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 Kritischer Treffer. Warum ist das denn bitte jetzt ein kritischer Treffer? Ich verstehe das nicht. Was passiert eigentlich, wenn ich hier unten drauf drücke? Wow. Tschung. Was war das denn? Ah, anscheinend je mehr Sachen ich zerschneide, desto mehr wird mein Schwert aufgeladen und dann... Ähm. Oh. Ah, also ich verliere auch Leben, wenn ich... Anscheinend, wenn ich so Dinger verpasse. Ah ja. Auf jeden Fall sind wir auf Level 2 aufgestiegen. Super cool. Wir haben unsere Bestpunktzahl geschlagen und wir haben alle Missionen erfüllt. Und haben hier jetzt so goldene Abzeichen bekommen. Das ist schon mal ziemlich cool. Und ähm... Ja. Ich würde sagen, gucken wir uns doch auch einfach mal das nächste Spiel schon mal an. Und ähm... Schauen wir mal, was uns da erwartet. Äh... Schildverteidigung. Ein guter Schild ist ihre beste Verteidigung. Verwende Wonderwomans Schild für die Verteidigung vor gefährlichen Geschossen. Alles klar. Blockiere alle Geschosse. Okay. Jetzt wissen wir, was wir zu tun haben. Achso. Und wir müssen uns anscheinend hier durchwischen. Müssen wir uns irgendwie drehen? Oder wie ist das? Ah ja. Ah ja. Oh. Oh. Da war ich nicht. Ah. Okay. Wo kommen sie denn her, die Geschosse? Zack. Ah ja. Die gehen auch so über die Wand. Und da muss man dann aufpassen, dass die eigentlich treffen. Ups. Okay. Womit man sich als Superheld alles so beschäftigen muss. Ups. Ah. Game over. Okay. Da muss ich wohl noch ein bisschen üben. Aber immerhin 650 Punkte. Zwei Missionen erfüllt. Ja. Ist doch für den Anfang schon mal gar nicht so schlecht. Ich würde sagen, bevor wir uns hier der Erfüllung aller Missionen zuwenden, gucken wir uns nochmal das dritte Spiel ganz kurz an. Damit wir auch wissen, was uns da so erwartet. Und ja. Wir wollen ja auch gerne mit Bad Girl spielen. Ne? So. Drag. Mhm. Ah. Es ist ein Puzzle. Alles klar. Also wir haben da oben rechts haben wir das Originalbild. Können wir da sehen. Und jetzt müssen wir die Teile so einsortieren, dass es dieses Bild ergibt. Und nebenbei läuft aber auch noch die Zeit. Das heißt, wir dürfen uns auch nicht so viel Zeit lassen und müssen hier relativ schnell herausfinden, was so wohin gehört. Okay. Aber ich denke mal, das kriegen wir hin. Es ist nur noch ein Teil übrig. Da ist ja auch ganz klar, wo das hinkommt. Und great job. Ja, cool. Wir haben es geschafft. Und haben das Bild richtig zusammengesetzt. Wir haben auch noch einen Zeitbonus erhalten. Und sowieso 10 von diesen goldenen Abzeichen. Super cool. Ich würde sagen, für das erste war das auf jeden Fall schon mal ziemlich cool. Wir haben jetzt hier auch noch ein weiteres Puzzle freigeschaltet. Und ja, ich würde sagen, wenn ihr das Video cool fandet, dann lasst mir doch einfach einen Daumen oben da. Aber wenn ihr sehen wollt, was es hier sonst noch so zu entdecken gibt in diesem coolen Spiel, dann schaltet zu meinem nächsten Video wieder ein. Abonniert meinen Kanal, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und bis dahin, macht's erstmal gut. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Ciao, Leute! Ciao, Leute!